Hallihallo, hier kommt ein neues Video von Border Collie Lucky. Heute zeigen wir euch die Übung mit der Zeitschrift. Auch wieder ein kleines Denkspiel. Nimm eine alte Zeitschrift und lege zwischen die Seiden ein paar Leckerlis. Hebe die Seiden etwas an, damit dein Hund mit seiner Schnauze dazwischen passt. Fordere deinen Hund dann auf, sich seine Leckerlis zu holen. So. 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 Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.